Have fun, hier Starberam zurück in Red Dead Redemption 2 und dieses Mal treffen wir uns mit dem Magnifico. War hier neulich noch eine Mission vorher, wo wir mit einem etwas leicht eingeschränkten Personen zu tun hatten, die uns spontan zusammenschlagen wollte. Hier geht es mit dem Künstler weiter, der hier im Lager einen Wald aufgeschlagen hat und wir sollen mal ein bisschen Krach machen. Mal gucken, wie das Ganze hier enden wird. Mal gucken, wie das Ganze hier enden wird. Mal gucken, wie das Ganze hier enden wird. Oh, das ist unglaublich. Wenn du so sagen. Hey, hey, bist du Magnifico bei einer Chance? Ich bin nicht zurück, sie ist eine Wälder, sie ist eine Wälder! Who? Prista! Marjorie! Wälder! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.